Der Schauspieler Christian Quattflieg ist tot. Wie die Familie am Mittwoch mitteilte, starb er bereits am Sonntag in Hamburg nach langer schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren. Einem großen Publikum ist Christian Quattflieg vor allem durch die ZDF-Serie Der Landarzt in Erinnerung. Andere bekannte deutsche Fernsehserien und Filme, in denen er im Laufe seiner Karriere mitspielte, sind Der Alte, Derrick, Traumschiff und Tatort. Bekannt machte den in Hamburg lebenden Schauspieler aber vor allem eine ganz bestimmte Rolle, Dr. Mathiesen in Der Landarzt. Fünf Jahre lang spielte er ab 1987 den charmanten Mediziner. Auch auf dem Regiestuhl nahm Quattflieg im Laufe seiner Karriere bei Film- und Theaterproduktionen immer wieder Platz. Zuletzt konzentrierte er sich vor allem auf Dichterlesungen, in denen er Texte von Schiller, Kästner und Heine vortrug. Frühe Theaterbegeisterung. Christian Quattflieg kam am 11. April 1945 als Sohn der Schauspieler Will Quattflieg und Benita von Wegesack zur Welt. Im schwedischen Wexjöl geboren. Verbrachte er seine Kindheit in Hamburg. Schon früh kam er dort mit der Schauspielerei in Berührung. Bereits mit zwölf Jahren begleitete er seinen Vater, der damals ein Engagement am Hamburger Schauspielhaus hatte, ins Theater und schaute ihm bei der Arbeit zu. Von dem Schillerstück Don Carlos besuchte er sogar alle 36 Vorstellungen. Obwohl sein Vater ihm vom Schauspielfach abriet, war für Quattflieg klar, dass es ihn auf die Bühne zog, er war damit das Einzige von fünf Kindern, das in die Fußstapfen der Eltern treten wollte. Umso schlimmer musste es für ihn gewesen sein, dass er bei der Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule in Bochum beim ersten Mal durchfiel. Glücklicherweise ließ sich Quattflieg nicht entmutigen und unternahm einen neuen, diesmal erfolgreichen Versuch. Nach der Ausbildung spielte er an bedeutenden Theatern in Hamburg, Berlin, München und Wien und wurde schließlich auch fürs Fernsehen entdeckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017